Hallo und willkommen zu Fingersal Workshop in Akustik Gitarre, Ausgabe 6, 2024. Den Malwurf Rhythmus hatte ich schon durchgenommen, letztes Mal, hier jetzt mit einem Lied als Beispiel. Verzeih mir, dass ich Händchen klein gewählt habe, aber das kennt jeder. Es ist wunderbar gerade und einfach und ein wunderbares Gegenstück zu dem Malwurf Rhythmus. Ich spiele mit Daumen, also ohne Daumenpick und man kann das so spielen, gerade wenn immer die Leuchte mischen, wenn ein angehaltener Ton ist aber, mache ich aus kleiner Variation gestoppt. Das bringt ein bisschen Variation drin und auch gutes Training für den Daumen. Ich spiele das erstmal vor. Musik 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 So, so kann man Händchen klein spielen. Mit allem Malphus Rhythmus. Seid kreativ, probiert mal rum. Musik So, so was geht. Vielleicht andere Melodien darüber, konstruire einen Rhythmus oder gleich ein bisschen noble orientalities dazu. Macht auch sehr viel Spaß! Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Üben und dann bis zum nächsten Mal! Musik 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 Vielen Dank.